Hier ist literaturlounge.eu, heute mit Theater, und zwar Last Park Standing, oder alles ist möglich, auch in der Türkei. Und wieder grüßt der Stadttheater, das kleine Haus, mit der Aufführung des Stückes Last Park Standing, ein Schauspiel von Ebu Nihan Zelkan. Diesmal tue ich mir mit der Einführung etwas schwer, aber nicht, weil die Einführung schlecht war, sondern weil ich nicht wirken möchte, als wolle ich mich einschmeichern. Da sie von Simone Stär, der Intendantin des Stadttheaters Gießen, selbst gestaltet wurde. Die Technik hat hier so ihre Tücken gehabt. Die Anlage hat noch Musik eingespielt, während sie bereits gesprochen hat. Aber das war innerhalb von Sekunden geklärt. Und nun komme ich zu etwas, was ich bewundere. Komplett freies Sprechen. Da war kein Text, kein Papier war da. Sie nimmt einen mit in den Giesi-Park 2013 und erzählt über den Park, der gerodet werden soll. Und in dem dann die Proteste für ein freieres Land entstanden. Sie erzählt von den beiden Frauen, Umut und Janina, die sich kennenlernen und verlieben. Sie erzählt von den frühen Jahren zwischen Euphorie im Juni 2013, der Hoffnung im Juni 2015 und der Nüchterung im Jahre 2018. Sie betrachtet sowohl die Türkei im Allgemeinen, aber auch die Liebe zwischen Umut und Janina. Aber ich schweife schon wieder ab und greife vor. Für mich eine perfekte Einführung. Ich hatte zu 100% das Gefühl, dass Frau Stär das Stück komplett kennt. Sie benötigt keinen Text. Sie hat offenbar einfach im Laufe der Zeit es komplett verinnerlicht. Mich beeindruckt es einfach, wenn Menschen frei über das reden können, was sie machen, was sie sich vorstellen. Am Anfang ist es irgendwie gespenstisch im Keller des kleinen Hauses. Man sieht die grauen Wände und die Mauern auf der Bühne. Dazwischen gibt es Gras, wie in einem Park. Man lernt erstmal Umut, gespielt von Nina Plagens, zusammen mit Ahmed, ihrem besten Freund kennen, der von Levent Keleni gespielt wird. Es ist eine Demo im Gezi Park und man hat mit den beiden das Gefühl, dass alles möglich ist. Umut erzählt Ahmed auch von ihrer neuen Liebe Janina, die von Celal Kapczyk gespielt wird. Es wird immer wieder mit Videotechnik gearbeitet, sodass man immer wieder weiß, in welchem Jahr und wo man sich befindet. Sehr schnell lernt man diese besondere Liebe zwischen Umut und Janina kennen. Und man sieht und fühlt die Liebe immer wieder auf der Bühne. Da ist diese hippelische Umut, die am liebsten die ganze Welt umarmen will und immer wieder gerne gegen die Welt spielt. Hier werden regelmäßig die Spielstände genannt. Zum Beispiel Umut 1, Welt 2 oder umgekehrt. Man spürt diesen Aufbruch der Menschen in Istanbul. Dieses Weltoffene ist klar zu spüren, auch wenn man sagen muss, dass es in Deutschland für eine gleichgeschlechtliche Beziehung wesentlich einfacher ist als in der Türkei. Man kann in der Öffentlichkeit nicht Händchen halten oder sich küssen. All das ist nicht möglich. Es wird einfach nicht gestattet, auch wenn ich immer wieder höre, oder wieder immer wieder höre, dass es auch in Deutschland, auch in Gießen teilweise immer schwieriger werde. Leute, wenn sich eine Frau in eine Frau verliebt oder ein Mann in einen Mann, dann ist es halt so. Wo die Liebe hinfällt, hat meine Oma schon immer gesagt. Liebe kann man nicht steuern, genauso wenig wie es Umut da steuern kann. Sie erinnert mich immer wieder an mich selbst. Wenn ich am Anfang einer Beziehung war, dieses alles aufsaugen wollen und ich habe mich da wirklich komplett wiedergefunden. Das ist dann wirklich stressig, auch für mein Umfeld oder für das Umfeld im Allgemeinen. Und genauso stressig ist Umut auf der Bühne. Janina ist ein bisschen ruhiger und abgeklärter. Aber in manchen Situationen kein Deut besser. Da fliegt sie nach Istanbul, ist so nervös, dass sie ein Gin Tonic nach dem anderen trinkt und man schon vom Zuhören einen leichten Trall beim Gehen bekommt. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dazwischen gibt es immer wieder diese Angst, die man um Ahmet und Umut hat. Ahmet ist auch immer wieder im Gefängnis und man spürt in seinem Wesen eine starke Veränderung. Immer wieder glaubt man an diesen Satz, alles ist möglich, welcher am Anfang immer wieder genannt wird. Immer mehr spürt man aber auch diese innere Zerrissenheit von Umut und Janina. Diese Zweifel des Umzugs nach Berlin von Umut, diese hat immer wieder das Gefühl, in der Türkei gebraucht zu werden. Und man realisiert, dass Menschen aus der Allas BTGQ-Bewegung und andere Demonstranten aus dem Gezi-Park verschwinden. Man merkt aber auch, dass Umut an ihrer Heimat hängt. Das kenne ich im Kleinen ziemlich gut. Ich war mit jemandem aus NRW zusammen und ganz ehrlich, selbst das war später unüberbrückbar. Das waren bestimmte Dinge, die einfach nicht vereinbar waren. Es sind wieder 90 Minuten, die einen total fordern. Viele Themen werden angeschnitten und sind aktueller denn je zuvor. Was mir aber bei den letzten beiden Stücken auffiel, Last Park Standing und Mädchenschwule, es wurden trotz der schweren Themen immer wieder viel gelacht. Dies lag oft an der Situationskomik, die durch die Schauspieler wunderbar vermittelt wurde oder wird. Ja, am Anfang waren die Stimmen in manchen Situationen etwas leise. Und ich bin mir nicht sicher, ob man die Schauspieler auch in den letzten Reihen gut gehört hätte oder hatte. Es ist schwierig einzuschätzen, da man manche Dinge einfach etwas leiser gesagt oder sagt. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, wie man das besser hinbekommen könnte. Ohne, dass einem bei den normalen oder etwas lauteren Stellen die Ohren wegfliegen, wie so oft im Kino. Im Allgemeinen habe ich mich in dem Verhalten von Umut mehr wiedergefunden als bei Janina, Weswegen ich über sie etwas mehr geschrieben habe. Aber die Leistung von Janina war trotzdem sehr gut. Die Figur der Janina ist halt etwas analytischer als Umut. Für mich ist es ein Stück nicht nur für LSBTQ oder für Türken. Es ist ein Stück, welches für mich einfach eine innere Zerressenheit darstellt, die man in der Liebe auch immer wieder hat und auch im Kampf um seine Überzeugung. Es ist bei beiden irgendwann nicht mehr sicher, ob das der richtige Weg ist. Ich kann nur sagen, steht für eure Liebe und für eure Überzeugung. Und dann ist sicherlich auch in der Türkei irgendwann mal alles möglich. Bis bald, sagt euch euer Markus von Literaturlaunch.eu Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlaunch.eu. Euer Markus Ich bin ja, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020